Hallo, mein Name ist Ulrike und ich arbeite beim Bayerischen Roten Kreuz in Nürnberg im Kleiderladen. Beim Sortieren der Kleiderspenden fallen uns immer wieder einzelne Schuhe auf, mit denen wir so nichts anfangen können und die wir dann entsorgen müssen. Wir möchten Sie bitten, dass Sie Schuhe paarweise abgeben. Entweder Sie verknoten die Schnürsenkel miteinander oder Sie machen einen Gummi rum. Denn nur so können wir Sie weitergeben. Vielen Dank! Vielen Dank!